Hallo und Willkommen zurück hier bei Uncharted 3 Drax Deception Ja und wir sind hier irgendwo in einem Schiff in einem wahrscheinlich mal Luxusdampfer zumindest war er das mal und wir sind dabei Sully zu befreien nur irgendwas sagt mir dass das hier eine unangenehme Reise noch gibt Sauerwert ich höre schon ich weiß nicht wie es euch geht aber irgendwie höre ich hier was das ist nicht Sully das ist eine Falle er ist nicht hier Mist Nathan du hast mir viel Ärger gemacht sei dir sicher das hört jetzt auf du hattest die nicht oder aber nein eine Lüge du weißt ich bin ein Pirat Ruh löp ok genau mein Freund lach du nur Das war jetzt vielleicht nicht die glückste Idee. Er pegt oder schmimmt. Na super. Also, direkt weiter. Da hat er uns komplett verarscht. Er hatte Sunny natürlich nicht. Und jetzt heißt es, wir müssen hier rauskommen. Oh nein, oh nein, oh nein, nicht so ein Stück. Bitte nicht. Fuck, fuck, fuck. Keine Granaten mehr. Oh, cool. Den haben wir richtig gut erwischt. Oh nein. Wir sinken, falls ihr es noch nicht merkt. Ja, das hat mich auch erst getraten. Ich mein, halt. Ach, leck mich doch. Die ganze Scheiße noch mal. Ach, leck mich doch. Das geht jetzt schon wieder los. Hier, nimm das so. Die Granate wäre jetzt ziemlich cool. Nein, 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 nein. Komm schon, geh hoch. Yeah, so geht das. Und nicht anders. So, ich würde sagen, ich stelle mich mal hier drüben hin. Wir sinken, falls ihr es noch nicht merkt. Den hätten wir. Oh nein. Ach, Mann. Wieso habe ich den ersten Schuss verfehlt? Oh Mann. Verarschen. Natürlich jetzt sehr praktisch alles gerade hier. Jo, den hätten wir. Den ebenfalls. Wow. Achtung. Ach, Mann. Okay, andere Taktik. So funktioniert es nicht. Jetzt machen wir die erstmal platt da. Auf der Seite. Und sobald wieder oben runterkommen, bewegen wir uns die Erde. Das stimmt ganz einfach. Hallo. Krachladen. So, den hätten wir. Oh nein, das ist jetzt weniger gut. Okay. Schon. So. So, die beiden da oben haben wir weg. Kommt schon her. Ja. Ja. Was fällt der denn aus? Ja, da haben wir jetzt drei Magazine rein gefeiert, ey. Nein, endlich. Manchmal, da frage ich mich ernsthaft, ob da nicht ein bisschen verplant wurde von dem. Das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Jetzt kommt dann noch welche an. Ey, so langsam kriege ich echt das abkotten. So, der wäre erledigt. Jetzt haben wir nur noch den Eingleichs. Zack, so, den hätten wir. Sind wir eh schon hier drüben. Das ist schon mal praktisch. Wir sinken, falls ihr es noch nicht merkt. Mein Gott, ey. Ja, nee. Bieb mich doch mal drüber, du Arsch. Ja, ist klar. Sonst noch irgendwas? Das ist aber auch echt einer an der Waffel, ey. Ey, cool, der ist tot. So, nachladen. Hab' noch ein bisschen Müll. Ich sag' nix mehr. Das tut mir leid, also das ist jetzt gerade echt, das geht mir, boah. Das geht mir gerade echt sowas gegen den Strich. So, den hätten wir auch. Einmal nachladen, bitte. Und dann die beiden nach oben ausschalten. Mal wieder. Ihr seht uns, falls ihr es noch nicht merkt. Ah, klar, treff mich doch mal direkt, ey. So, jetzt ist mal schnell die weg. So, den haben wir auch erledigt. Ah, ganz da hinten, der Penner war das. Der sich letztes Mal schossen hat. Könntest du da oben einfach bestehen bleiben? Danke. Leute, ich will hier raus. Ich weiß nicht, wie es ruhig so geht, aber... Oh, dann legen wir uns auf die Seite gerade. Boah, leck mich doch, Herr Marsch, ey. Was eine Scheiße hier. Okay. Ich hoffe mal, wir sind jetzt erstmal von den Gegnern befreit. Irgendwie... War das nicht wie geplant. Immerhin ist die Schießerei jetzt erstmal zu Ende. Und jetzt müssen wir hier gucken, dass wir hier rauskommen. Die Frage ist nur... Ich schaue mal auf der anderen Seite, ob wir da irgendwie rauskommen, weil ich hier sehe ich gerade irgendwie... Ah, da. Ich sehe da was. So, fix die Kowski hier rüber. Wow. Drake, das hast du angestellt. Jetzt sinkt das Schiff noch schneller. Na, super. Ich kann dich ja nicht rüber. Spiel, willst du mich gerade verarschen? Hä? Okay, Spiel, willst du mich gerade verarschen? Oh, oh. Drake. Oh, scheiße. Oh, meine Fresse. Wo ist denn dieser Spezialist gegen Ertrinken, wenn man ihn braucht? Name Leonardo DiCaprio. Ihr wisst schon. Ähm, äh, hallo? Ich würde gerne tauchen und so. Ey, das Spiel verarscht mich doch gerade. Okay, hier geht's raus. Okay, hier geht's raus. Hallo? Okay, wir haben uns zu lang gebraucht. Ah, wir wissen jetzt, wo es lang geht. Wir müssen da vorne lang. Wir haben aber wohl ein bisschen zu lang gebraucht. Gut. Weiter, Drake. Raus hier. Oh, Gott sei Dank. Boah, wir müssen hier raus aus diesem Schiff. So schnell, wie es nur geht. Und was haben wir da? Eine Schwimmweste oder was ist das? Oh, nein. Oh, nein. Oh, fuck. Lauf, Drake. Boah, leckt mich doch am Arsch. Oh, gar nicht gut. Ähm. Hallo? Wie kann ich hier nirgends weiter? Ah, hier. Äh, das musste ja passieren, dass die Tür aufgeht. Boah, wir müssen hier raus, verdammt. Scheiße, da geht's nur zu lang. Da kommen wir nicht hoch. Ähm. Wo ist auch? Boah. Ey, das ist gerade echt tricky hier. Da. Irgendwas. Ähm, nein. Ey, was soll das denn jetzt? Was war da jetzt scheiße? Ja, da komme ich nicht lang und... Na, endlich. So, was jetzt? Ah, hier geht's weiter. Okay. Jetzt schnell weiter. Wir müssen das Schiff verlassen. So, hier sind wir wieder in diesem tollen Ballsaal, oder was das war. Oh, fuck. Seht ihr das da? Seht ihr, wie das Wasser sich da gegen Scheiben drückt? Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Okay. Los geht's. Ja, man soll Aufzüge nicht bei Feuer benutzen, aber... Ich weiß ja nicht, ist das so... Mist, nein, nein, nein! Boah, los raus hier. Nein! Oh, scheiße, seht ihr das? Oh, Gott. Schlimmer geht's wohl nicht. Hüch? Ernsthaft? Nein! Oh, Drake. Keine gute Idee, Drake. Wohin jetzt, wohin? Scheiße. Nein! Ah, fuck, 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 fuck. Boah, leck mich doch am Arsch. Also, das ist echt mal richtig pervers gerade hier. Schlimmer geht's wohl nicht. Oh, nein! Oh, geht doch. Drake, es geht immer noch schlimmer. Es geht immer noch schlimmer. Jetzt ist die Frage, müssen wir dorthin? Oder? Boah, das ist gerade echt. Ja, das kann nicht sein. Hä, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Ja, wir müssen gerade ran. Okay. Oh. Okay, wir sind unten. Oh, oh. Drake, Drake. Da kommt was. Drake, Drake. Boah. Oh, so brauchen wir eine zähne Waffe. Willst du mich jetzt verarschen? Nee, wenn ihr euch noch Gegner kommen, oder? Alter, da willst du mich verarschen? Gut. Und Arsch. Fahr zur Hölle, Habibi. Cool. Oh, Mann. Wieso muss Drake immer mit Wahnsinnigem zu tun haben? Lauf! Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heilige Scheiße. Das Schiff haben wir immerhin verlassen, aber wir retten uns jetzt. Oh, fuck. Und wir kommen irgendwo an Land. Drake hat also überlebt. An einer kleinen Holzplanke. Die Asker sind auch schon da. Tja. Praktisch. Na, auch hier? Okay. Okay. Ja. Ja, verstehe. Ruf mich an, wenn... sich etwas ändert. Oh, mein Gott. Ich melde mich wieder. Nate! Ich dachte, die mögen das hier nicht. Idiot. Ich dachte wirklich, du wärst tot. Bist du okay? Ist, äh... ist Sully... Er lebt. Oh, Gott sei Dank. Aber sie haben ihn. Was? Wo? Er ist auf einem Konvoi auf dem Weg in die Wüste. Oh, wir müssen los. Wow, 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 wow. Nein. So einfach ist das leider nicht. Komm. Sie sind uns mindestens zwei Tage voraus. Wir können sie nicht einholen. Aber wir müssen es versuchen. Hör zu. Ich hab einen Plan. Aber dieses Mal bleibt uns nur ein Versuch. Okay. Sie beladen ein Frachtflugzeug am Flughafen. Und über dem Konvoi lassen sie Vorräte fallen. Wir müssen ins Flugzeug. Genau. Du weißt schon, dass wir Fallschirm sprengen müssen? Wäre ja nichts Neues. Das stimmt. Okay. Ich könnte einen Schluck Wasser vertragen und dann müssen wir los. Nein, 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 nein. Mein Kontakt am Flughafen sagt, dass der Start erst für morgen geplant ist. Und bis dahin solltest du ein paar Stunden schlafen. Nein, das ist keine gute Idee. Komm schon. Okay? Er ruft an, wenn etwas ist. Du wirst das echt allein durchgezogen, was? Für Sully? Ja. Ich mag deine Einstellung. Ich weiß. Nein, ich... Ich meine das. Wieso muss immer die Welt untergehen für die beiden? Damit sie wieder zusammenfinden. Das ist doch unglaublich. Jedes Mal aufs Neue. So, Drake ist wieder fit. Nachdem er fast ersoffen wäre. Okay, nimm. Mann. Hoffentlich muss ich das Ding nicht benutzen. Ich weiß. Aber wir müssen leise sein. Wenn sie uns da drin erwischen, sind wir Geschichte. Ach ne, bitte nicht schon wieder schleichen. Ach, bitte. Da sind wir ja solche Profis drin. Nur eine Chance. Ja, super. Ja, ich komme sofort zu dir. Gute Idee. Hebe mal mit. Okay, da runter. Ja, gut. Das haben wir ja schon öfter miterlebt. Okay, jetzt runter. Leise runter. Tja, wir wären jetzt immerhin im Gebäude. Und jetzt müssen wir irgendwie das Flugzeug bekommen. Anscheinend geht's auf der anderen Seite raus. Ja, bist du dir ja sicher? Ah, da drüben. Moment, da oben. Ah, lalalalalala. Dann macht Drake wieder einen Schritt weiter, als er überhaupt sein soll. Oh, oh. Mist. Bist du okay? Ja. Ah, fantastisch. Wie immer. Ah, da ist ja unsere gute Elena. Eiei, ist das Maria. Wenn wir rankommen. Hm, okay. Was haben wir denn hier? Boah, ich muss das gerade echt noch ein bisschen verarbeiten, was da gerade abliegen ist. Das war ja echt der Wahnsinn. Ich schiebe, du längst. Okay. Ähm, ja, weil da ist gerade so viel passiert und dann kommen wir doch noch lebend an Land, weil, ich meine, dieser Sturm und alles, das war ja alles irgendwo auf See, Drake. Wie weit noch? Hast du geschafft. Mach weiter. Drake ist da irgendwie auf dem Weg. Hast du mal nach Schlüssel hingekommen? Schieb weiter. Okay, du hältst es und ich steig aufs Dach. Wie wär's mit einer Handbremse, Leute? Los, los, es rollt weg. Ich kann mich nicht mehr halten. Nein. Nochmal das Ganze. Da hab ich einfach zu lange gebraucht. So, jetzt aber. Au! Das hat wehgetan. Ja, das glaube ich. Autsch. Wie kriegen wir den Zellender da raus? Ähm. Super, jetzt sind wir hier und ich hab keine Ahnung, wo es weitergeht. Lass einfach los. So. Dann können wir von hier aus... Ähm. Nicht aufs Dach. auf das Dach. Hallo? Ich würde gerne... Na geht doch. Warum nicht gleich so? So. Jetzt ist die Frage, wie... Ja, noch sind wir leider nicht da. Ah, hier ist ein Fenster offen. Oh, Mann. Okay, das war jetzt der etwas kürzere Weg nach unten. Ist da was? Ich war das nicht. Wann auf zu schießen hier. Immer dieser Krach. So, wieder rüber auf die Waffe. Hallo, Elena. Danke. Wow. Oh shit. Runter, runter, hin. Ja, ich hab's schon gemerkt. Na, ganz toll. Ey, ich glaub da mal eben ganz kurz hinten wieder rein. Oder auch nicht. Ja, ich bin tot. Hat er richtig erfasst. Letzte Entscheidung. Ah, cool. Äh, erledigen wir die nochmal hinfixier. Oh, der ist erledigt. Der ist erledigt. Der auch. Und da hinten ist noch einer. Ja. Ah, super. Schnell mal alles eingepackt. Ja, wo bist du mal befreund? So Puh, wir haben es geschafft Okay, ähm, ja Nach dieser ganzen wilden Ballerei Nachdem wir noch einmal gestorben sind Ja, ich werde gleich schieben Oder ehrlich gesagt in die nächsten Folge schieben Liebe Elena Denn für diese Folge werde ich mich von euch Verabschieden Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Cool, ein Computer mit Panzerglas Ähm Sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Und dann werden wir hoffentlich unser Flugzeug erwischen Also, vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Sagt euch, euer Bussard und Nathan Drake Bis zum nächsten Mal